Heute gibt's was Süßes vom Bäcker, nämlich Merit Bäcker. Jetzt bei Zimmer frei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Hossa! Willkommen, ihr Völker der Welt, zu der neuen Ausgabe von Zimmer frei. Wen dürfen wir heute als Gast begrüßen? Sie ist eine wunderbare Schauspielerin, tolle Sängerin, sie kann ganz viel. Und vor allen Dingen kommt sie zum dritten Mal zu uns. Wir freuen uns. Das muss man hoch lobpreisen. Und eigentlich ist sie Repräsentantin ihrer ganzen Familie. Alles Zimmer frei, Freunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier kommt zu uns Merit Bäcker. Und hier klappt das auch noch. Oh, wie geil! Oh, die machen geil. Ja, das sagt man. Ehrlich? Wollen wir die Plätze tauschen? Nö. Okay. Ich würde mir das bei dir mal angucken. Ja. Hier liegen Ausland. Und warum hast du einen Pfannkuchen? Weil mir von Ausland schlecht wird. Ich habe mal eine falsche gegessen. Ah. Ich habe auch einmal eine falsche gegessen. Aber es geht dann wieder? Wirklich viel. Ja, also ich kriege den Hals nicht voll. Man sagt ja auch, man kriegt eine Eiweißvergiftung, wenn man zu viel davon ist. Ja, da musst du aber schon einen Doppelzentner zu dir nehmen. Ist mir noch nicht passiert. Er hat mir noch keiner geschafft. Wollen wir auch nicht. Dann machen wir. Ausland und Spektrum. Erstmal anstoßen. Ja, genau. Merit. Herzlich willkommen, Merit. Cool, danke vielmals. Let's go. Let's go. Let's go. Merit tut total cool. Dabei ist sie total aufgeregt. Total. Immer. Immer. Ist ja nicht schlimm. Aber guck mal, das Glas tut auch so. Ja, innen drin macht sie wie. Leute, mein Spektrankuchen wird kein Schlimm. Unsere Ausland werden warm. Guten Appetit. Oh, ja. Guten Appetit. Merit Becker isst alles, also alle Meerestiere außer Hummer. Was hast du gegen Hummer? Ich war mal Vegetarier. Also ich war wirklich ganz lange Vegetarier und habe auch wirklich keinen Fisch und keine Ausland gegessen. Und irgendwann war ich dann am Meer und habe gedacht, jetzt gib die Fischer her, ich mache sie selber tot. Also ist mir egal. Habe ich dann noch gemacht. Mit heißem Wasser oder? Nee, nee, also Fische und so. Ach so. Und bin in einem Fischlokal voller Freude und habe mir dann einen Hummer bestellt. Und der war aber vor mir in einem Aquarium und wurde dann so rausgecatcht und der hat wirklich um sein Leben gekämpft. Ja. Und dann ist das Teil auf den Boden gefallen auch noch und das ganze Lokal hat gelacht. Daraufhin habe ich einen solchen Heulkrampf gekriegt. Und mein damaliger Freund Olli musste dann in die Küche gehen und sagen, sie sollen den Hummer bitte wieder ins Wasser tun. Und da krachst du dir vor wie der Hauptdarsteller aus Free Willy. Ja, genau. Und der war dann am Schluss wieder im Becken. Der war dann wieder im Becken. Toll. Und seitdem nie wieder Hummer. Gut, dass wir keinen Hummer da haben. Ja, und die Aussah ist halt ein Schließmuskel. Deswegen geht er weiter in guten Appetit. Wo fängt bei dir Luxus an? In welcher Kategorie? So mal hier. Das ist schon ein tierischer Luxus. Wobei das ist natürlich eine Betrachtungssache. Wenn man jetzt in der Bretagne ist, dann gibt es das ja sozusagen wie Sand am Meer. Ist das ein arme Leute-Essen sozusagen? Ich schmeiß nicht die hinterher. Die würden gerne einfach mal ein paar Bratkartoffeln essen. Oder Speckfangkuchen. Das glaube ich nicht. Ja, aber da kosten die tatsächlich nichts. Oh, sind die gut. Erinnert sich noch an irgendwas, was vor 15 Jahren war, zubezimmerfrei warst? Ja doch, dass du keine singende Säge spielen konntest. So, aber du bist eine Meisterin der singenden Säge, das können wir gleich sehen. Ich kann nur die singende Säge und alles andere. Naja, das werden wir noch sehen im Laufe dieses Jahres. Du isst ja schneller als Götz, das finde ich gut. Auf jeden Fall. Er ist um die Wette, er weiß es nur noch nicht. Können wir nochmal? Die sind auch schon losgemacht, das finde ich auch wert. Was machen wir jetzt? Eigentlich wollten wir einen Film gucken. Echt? Ja. 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 Und schon. Oh, das ist es. Also schön fürs Friege haben für dich. Wie nennt man das? Wie nennt man das? Ja. 誰 gefühlt das? SM. Ja, und was du? Oh, das war's. Oh, das war's. Danke. Jetzt kommt ein Prinz zu mir und holt mich fern von hier. Wahnsinn. Ich nehme das gleiche Lied. Ach, sehr geil. Ach, wie schön. Du sollst spuren. SM. 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 SMS. Toll, dass du das sagst, Christine. So war's doch mal. Als du, liebe Christine, das Zimmer verräten hast. Boah, jesses, möchtest noch mal sagen. Nö, hat jeder gemerkt. Nö, hat jeder gemerkt. Nö, hat jeder gemerkt. Nö, hat jeder gemerkt. Das ist ja nichts ausgelassen. Weiß Gott. Weiß Gott. Oh, weia. Bisschen Pfeffer wär schön. Hier, ich hab den Pfeffer gebunkert. Ach so. Entschuldige, bitte. Geht Spagat noch? Ja, Spagat geht noch. Willst du den? Was geht nicht mehr? Nee, nee. Nee, nee. Eigentlich geht noch ziemlich viel. Also die Brücke geht grad nicht mehr so gut. Die hab ich jetzt länger nicht gemacht. Kommt dann irgendwann wieder. Wo merkst du denn die 15 Jahre, die vergangen sind? Im Gesicht zum Beispiel? Ja? Nein! Und noch mal alle. Nein! Boah, danke. Ihr seid wie ne Mutter zu mir. An meinem Kind merk ich's. Weil das Kind groß ist. Also das Kind ist auf jeden Fall groß und schön geworden. Ja. Und ein sehr intelligentes Wesen und macht ganz, ganz tolle Musik. Wunderbar. Wirklich. Wie gut hattest du das Leben mit dir gemeint, Merit, in den letzten 15 Jahren? Oh, sehr unterschiedlich. Ups und Downs. Ups und Downs. Also undauernd. Aber solange es immer wieder Ups gibt, ist doch toll. Nur Up geht ja auch nicht. Es muss ja dann auch mal runter gehen. Sonst weiß man gar nicht, wie schön es auf der Höhe ist. Ja, aber sonst merkt man es ja irgendwann nicht mehr. Oder beziehungsweise, wo soll das enden? In einer Explosion oder sowas. Ja. Glaubst du, dass das stimmt? Sieben fette, sieben magere Jahre? Ne. Ich glaube nicht. Die Rechnung stimmt, glaube ich nicht. Wegen der sieben? Also du meinst es? Ja. Aber runter hoch ist richtig, oder? Ja. Aber es geht ja auch manchmal so. Hm, hm, hm. Und dann machst du... So halb runter. Ja, genau. Und dann machst du irgendwann... Ja, du. Was war Anfang 30 für dich wichtig und was ist jetzt wichtig? Anfang 30 für mich wichtig. Als du hier warst, warst du Anfang 30? Ja, stimmt. Ich fand, 33 auf jeden Fall ist so ein Alter, was ein schwieriges Alter ist. Das war nach euch. Warum? Weiß ich ja... Weiß ich nicht. Ich bilde mir ein, Jesus ist auch nur 33 geworden. Irgendwas ist da. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Mhm. Er macht irgendwie so... Irgendwas ist da. Ja. Also kenn ich viele denen, dass da holprig gegangen ist. Und mir ist das so arm holprig gegangen. Dann wollen wir das Thema ganz schnell ad acta legen. Denn wir kommen zu unserer allerersten Aktion. Sie wissen vielleicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass seit einiger Zeit eine fantastische neue Berliner Tatortkommissarin am Start ist. Dargestellt von Merit Becker. Und deshalb machen wir ein ganz besonderes Spiel. Wir spielen Stadt, Land, Fluss, ein alter Favorit bei Zimmer frei, aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich verteile jetzt schon mal die Schreibpulte, die Schreibbretter. Und ich brauche jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine, wie man früher zu sagen pflegt, charmante Assistentin. Eine charmante Assistentin. Hätten Sie Lust, mal eine charmante Assistentin zu sein? Das ist aber toll. Und Applaus, meine Damen und Herren. Ich darf die Frage, die Sie heißen. Jennifer. Stellen Sie sich bitte hier hin, dass alle Welt sich freuen kann in Ihrem Anblick. Und dann werden wir Ihnen gleich Buchstaben zurufen. Und dann lassen Sie bitte jeweils den Buchstaben herunter. Dass wir sehen, welches Wort sich dahinter verbirgt. Hinter diesen Buchstaben verbergen sich nämlich Tatorte. Kriminalistische Tatorte. Wir werden diese Tatorte jetzt ermitteln. Und werden dann, wenn wir den Tatort sehen, dazu passend mit den Initialen des Tatortes folgende Stadt, Land, Fluss, Kategorien befüllen. Lächerliche Todesarten, allerletzte Worte, hinterhältiges Motiv und Kommissarnamen. Moment, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Ja, das jetzt sag du. A. Und ich sag stopp. Nö. Stopp. D. D, bitteschön. D. D. Das ist A. Sie müssen D. D müssen Sie machen. Ich finde aber Affenstahl auch sehr inspirierend von dem Buchstaben D. Das werden wir jetzt auf keinen Fall nehmen. Dachkammer. Dachkammer. Gehe. Stopp. Gerne. Hah. Mir fehlt kein Name, also schnell. Lächerliche Todesarten. Dachkammer-Kleustrophobie. Dachziegel von innen. Geil. Dachschaden. Oh, das ist super. Allerletzte Worte? Der Dachziegel war's. Großartig. Danke. Ich hab Düsseldorf. Hinterhältiges Motiv? Dachdeckers Eifersucht. Dauerfernsehen. Dummheit. Ja! Oh, Entschuldigung. Code und Kommissarnamen? Derrick. Ich hab David und dann kam ich nie weiter. Ich hab Dämon geschrieben. Der ist cool. Mir fehlt aber nix ein. So, ein letztes Mal machen wir's noch. Jetzt sagt Meret A. Ich hab schon A gesagt. Nochmal A. Ach so, du hast A gesagt? Dann musst du A sagen. Okay. Meret sagt Stopp. Stopp. N wie Nordpol. N. Nee, wieder nicht Atenstein. Aber wir können das kombinieren. Niemandsland. Niemandsland. Das ist sehr schön. So, dann können wir ja mal. Lächerliche Todesarten. Nacktheit im Winter. Nicht schlecht. Niesen. Nitroglycerin. Sehr gut. Oh. Allerletzte Worte? Nie mehr. Niemand. Nosferatu. Oh. Hinterhältiges Motiv? Nudelholz. Nudelholz. Nudelholz ist aber kein Motiv. Das ist doch ein Gegenstand. Ich hab nebulös geschrieben. Oh, das ist ein schönes Wort. Nesstor Buermar, der berühmte französische. Nestor ist toll. Ja. Warum hab ich denn Nancy? Nancy Neverland hab ich jetzt wegen Niemandsland. Ja. Wisst ihr was? Ich glaub, das Spiel führt zu rein gar nichts, was ich sehr bedauere. Aber mir hat's Spaß gemacht. Mir ist gut. Ich stink jetzt dermaßen nach Fisch. Dann iss einfach weiter. Ja, das mach ich wirklich. Ich bin ganz schlimm. Ich kann da nicht aufhören. Ach, Entschuldigung. Sie haben das fantastisch gemacht. Vielen herzlichen Dank. Stell dir vor, meine Damen und Herren. Was gibt's jetzt, Christine? Thorsten Schorn gibt's jetzt. Was toll war, du hast ihn in die Wohnung gelassen. Ich hab sie alleine gelassen in der Wohnung. Ja, und da steht ein Kühlschrank und den hat er eben mal aufgemacht. Oh Gott. Aber erst später. Bitte schön. Als das Bier schon ausgetrunken war. Oh Gott, was war da drin? Tatort Berlin-Kreuzberg. Die Wohnung von Merit Becker. Ach du Scheiße. Frau Becker? Frau Becker? Die identifizieren wir später. So, die Spurensicherung ist da. Was haben wir denn hier alles? Ach, hier. Abgetrennte Beine. Abgehackte Discofüße. Überall menschliche Extremitäten, wohin man guckt. Fernglas am Fenster. Wo guckt sie denn damit hin? Aha. Klasse. Sie hat sich immer ein Haus am Meer gewünscht. In Berlin. Das ist ein Kompromiss, oder? Die Leute. Sind da auch Leichenteile drin? Uptown-Girl. So, und im Kühlschrank hat sie Salbei, der aber auch schon mal bessere Tage erlebt hat. Und hat Merit Becker so was nötig? Frauenpower in der Flasche. Da nehme ich aber gleich einen großen Flug von. Sie ist ja fit wie ein Turnschuh, sie kann angeblich Spagat in alle Richtungen. Und ich vermute, sie macht es hier jeden Tag mit fünf Minuten Hula-Hoop. Fast fünf Minuten und wird dabei hier beobachtet. Wer ist das? Ihr Bruder Ben Becker? Oh nein, das ist Otto Sander, ihr geliebter Ziehvater. Bei dessen Tod sie sagte, man hört erst dann auf, Kind zu sein, wenn ein Elternteil stirbt. Nun sitzt sie hier in der Küche und denkt an ihre Liebsten. Das Arbeitszimmer wirkt auf den ersten Blick recht durcheinander, ist aber tiptop organisiert. Sie hat zum Beispiel hier ihre CDs alphabetisch sortiert. Sie ist Sängerin, sie ist Komponistin, in erster Linie natürlich Schauspielerin. Und hier hat sie die vielen Auszeichnungen, die sie bekommen hat, zum Beispiel Goldene Kamera, Deutscher Filmpreis, hier sogar das Bundesverdienstkreuz am Band. Es kann nur gut sein, dass all dieses Zeug demnächst im Internet von ihr versteigert wird. Sie muss ihren Krempel ein bisschen reduzieren. Sie will nämlich aus dieser Wohnung bald ausziehen. Und hat sich dafür auch ein kleines Zettelchen gemacht, was noch alles zu tun ist. Da sind viele Punkte offen, vor allem die roten. Möbel verkaufen, Transporter anmieten. Aber wenn das alles erledigt ist, Götz und Christine, dann zieht Merit Becker zu euch in die Wohngemeinschaft. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Kostenschön in Merit Beckers Wohnung in Berlin-Kreuzwald. Ja, zimmerfrei. Sag mal, stehst du da mit dem Fernglas am Fenster und guckst ins Schwimmbad? Das erste, was ich in dieser Wohnung aufgehangen habe, überhaupt, war das Fernglas. Ich finde das so geil. Ich habe wirklich das Wellenbad bei mir vor der Tür. Und wenn das Tollste ist, wenn es Winter ist, dann ist das Schnee. Und gegenüber, also so ab Nachmittag ist das beleuchtet, ist das Wellenbad. Und dann hüpfen da welche in roten Badeanzügen mit Wellen rum und tun so, als wäre Hochsommer. Ist total abgefahren. Ja, schön. Irre. Es passiert gerade was für Außenstehende Interessantes, für dich wahrscheinlich eher Schwieriges. Deine Tochter hat die Schule geschmissen. Mhm. Wie Merit Becker auch mal die Schule geschmissen hat. Und es ist was Tolles aus dir geworden. Was haben denn deine Eltern damals richtig gemacht, was du heute nachmachen könntest? Wenn deine Tochter Lulu jetzt gerade mal? Weiß ich nicht. Ähm. Also ich, ja, weiß ich gar nicht. Also ich muss, naja gut, jetzt geht's, jetzt artet's aus. Also mein Schulabschluss ist trotzdem noch ein bisschen höher als der, den Lulu hat, muss ich mal kurz sagen. Und, ähm. Ist egal, Schule weg. Ist egal, Schule weg ist weg. Ja, genau. Irgendwie. Und jetzt so, und wir gucken schon, wie was, also das macht sie auch toll. Sie guckt mit mir zusammen, irgendwie will jetzt weitergehen und sie will halt Musik machen und kann das eigentlich auch ganz, ganz toll. Und, ähm, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den Weg gehen und, und, ähm, ich weiß nicht, glaub ich hab das mal ganz gut gemacht so mit ihr. Die hat Cello gelernt und lauter so schöne Sachen. Machst du dir gerade Vorwürfe? Wir haben immer Vorwürfe. Wie groß sind die Sorgen? Schon groß. Also ich will halt, eigentlich mach ich mir keine Sorgen um sie, weil sie halt wahnsinnig schlimm begabt ist so. Und ganz tolles Wesen und so, aber ich hab natürlich immer Sorge, ob's ihr gut geht. So. Ich will, dass ihr wirklich, wirklich gut geht und dass sie wirklich zufrieden ist mit dem, was sie macht. Sie wohnt jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal alleine, wenn ihr da auszieht? Sie wohnt jetzt schon alleine zum ersten Mal. Und wie sehr gluckst du? Also mein Nachbar kann jetzt schon gar nicht mehr meckern. Wie sehr gluckst du rum? Ähm, geht. Geht? Nö, ich gluck gar nicht so. Eigentlich gar nicht. Ich freu mich wahnsinnig, wenn sie kommt, aber ich gluck überhaupt nicht. Ich deute nur an, ich sage nichts, ich deute nur an, dass jetzt die erste Hausmusik kommt. Wir haben so eine großartige Künstlerin wie Merit Becker bei uns zu Gast, die sich auch auf musikalischen Gebieten auszeichnet, par excellence. Und sie spielt jetzt für uns Klavier und singt ein selbstgeschriebenes Lied mit dem schönen Titel Schneeflocken zum Frühstück, Snowflakes for Breakfast. Genau, ein Ausschnitt daraus, weil das ist, ähm, die längere Version ist zu lang. Wir machen eine kurze Version. Genau. Merit Becker, meine Damen und Herren. Merit Becker, meine Damen und Herren. Willst du jetzt mehr aufs Zimmer gehen? Aufs Zimmer? Ja. Ja? Ja? Ja. Kannst du noch was zu trinken mitnehmen? Kannst du noch was zu trinken kriegen? Ich bin so nimmer satt heute. Ganz schlimm. Ich würde auch gern was trinken, aber mir schenkt keiner was ein. Darf ich dir was einschenken? Ja, bitte. Es läuft ja duftet zwischen euch. Ja, ich muss ja irgendwas für die WG tun, damit ich, ich hab aber keine Wohnung mehr. Ich bin da irgendwo hin. Ja. Sehr. Kann ich dir auch was einschenken? Ich nehm die Flasche. Ah, herrlich. Wir gehen nicht hoch, sondern raus. Okay. Wir gehen raus. See you. Oh Gott. Skoll. Rittenbude. Rittenbude! Oh! Nein! Oh! Oh, wie geil. Hallo. Oh, eine Jute. Genau. Ich hab mal in der Jute gewohnt. Hast du? Ja. Und sie wünscht sich oder du stellst dir das so frei, dass du in 10 Jahren in der Mongolei bist. In die Mongolei. Genau. Mit einem Pferd. Hallo. Und dann haben wir gedacht, mach mir mal. Das ist Püppchen. Hallo Püppchen. Das ist Meret. Hallo Püppchen. Hallo Püppchen. Hallo Püppchen. Wenn du magst, setzen wir uns hier hin. Guck mal. Ich hab Zitrone und Salz. Hallo Püppchen. Hallo Püppchen. Hallo Püppchen. Hallo Püppchen. Hallo Püppchen. Hallo Püppchen. Entschuldige bitte. Ich bin da beschäftigt. Hallo Schatzi. Hallo. Darf ich dich anfassen? Hallo. Meret, woher kommt diese Sehnsucht, dass du weg willst? Ich find das so geil mit einem Pferd durch die ... Oh, wie toll. Ich finde Reiten total toll. Ja. Obwohl ich's gar nicht so gut kann. Aber die tölten ja auch manche Pferde. Also so manche. Und die da zum Beispiel, glaub ich, die könnten das vielleicht. Und ich finde so, ich hatte immer die Idee so, wenn ich 50 bin, also das werde ich jetzt nicht schaffen. Das muss noch zu viel machen. Aber irgendwann möchte ich gerne eigentlich am liebsten eine Weltreise machen auf einem Pferd. Mit einem Pferd. Die arme Sau. Und ich glaub, das geht gar nicht. Und ich glaub, auch die Welt ist viel zu gefährlich geworden. Aber durch die Mongolei zum Beispiel. Warum? Was ist das für ne Sehnsucht? Warum gerade die Mongolei? Ich weiß nicht. Als Kind schon hab ich geheult, wenn man mir gesagt hat, nee, du bist kein Indianer, du bist Deutsche. Hab ich echt Neukampf gekriegt. Und ich weiß nicht, ich glaube irgendwie sowas ist das. Ich bin auch mal allein durch die USA gefahren, das fand ich auch ganz toll. Glaubst du an sowas wie, ähm, wie nennt man das denn? So Abdrücke, so Seelenabdrücke, dass du vielleicht mal in einem früheren Leben Indianerin warst? Indianerin. Oder dass die Mongolei irgendwas bei dir? Vielleicht. Ich weiß nicht. Also sowas find ich einen schönen Gedanken und ich find ihn ganz toll. Und ich weiß auch schon, wenn ich wiederkomme, dann komm ich als Möwe wieder. Warum als Möwe? Weil ich dann Jakobsmuscheln und Austern essen kann, bis der Arzt kommt. Und fliegen kann natürlich. Ja. Aber ich weiß nicht, welche Vorlieben oder so ich vielleicht mal gehabt hätte. Das hab ich keine Vorstellung davon. Wenn du sagst in zehn Jahren in die Mongolei, bist du da alleine oder ist da jemand dabei? Nee, da bin ich alleine. Aber da besuch ich dann schon, also ich stell mir mal vor, ich komm dann an so eine Jorte und da steht dann so eine Mutti mit so einer wahrscheinlich so ganz schlimmen Schale voll mit so Milch. Die Musik dann runter damit so, hilft ja nix. Gibt es was, wovor du dich fürchtest im Leben? Vor ganz, ganz viel. Also natürlich vor Brutalität fürchte ich mich, vor Unglück, wobei ich sogar ... Vor Krieg fürchte ich mich, vor sowas irgendwie. Und natürlich eigentlich auch vor dem Tod. Aber da find ich ganz toll, dass das immer weniger wird. Wie war das, sag man mal vor zehn Jahren mit der Angst vor dem Tod? Da war die wesentlich größer. Woher kommt das? Ähm, also einmal hat man wirklich mehr gemacht und mehr erlebt und so. Und vielleicht ist es auch irgendwann mal gut. Aber noch bin ich dabei, weiß nicht. Aber ich glaub so, als Otto gegangen ist tatsächlich, da war das so wirklich wie ... Ich wusste, der ist noch da. Also das war wie so eine Tür aufging. Und die Vorstellung, dass wer da jetzt alles schon oben ist, wen ich alles kenne, wer da oben ist oder wen ich auch nicht kenne und der da oben ist. Und ich weiß genau, dass Otto sich die alle greift. Also David Bowie kann sich schon auf was gefasst machen. Und wenn ich mir dann dazu stoßen darf, find ich eigentlich ganz schön. Vielleicht ist es zu dicht jetzt dran. Aber hast du gesehen, wie Otto Sander gestorben ist? Warst du dabei? Hilft sowas? Ähm, nee, ich war beim Sterben nicht dabei. Ich war aber unmittelbar danach dabei und das ist ganz, ganz toll. Und ich finde die Kultur, Menschen wegzuschaffen, wenn sie sterben, ganz schlimm. Und ich finde, jeder Mensch sollte das Recht haben auf eine natürliche Geburt. Das geht nämlich auch leider abhanden in unserer Welt. Also ich hab mein Kind auch natürlich und zu Hause geboren. Aus Versehen zwar, aber egal, es war toll. Und mein Vater durfte bei uns zu Hause liegen bleiben und ich hätte wirklich keine Sekunde weniger mit dem verbringen wollen. Du hast eine sehr schöne Vorstellung und einen Wunsch vom Sterben. Du sagst, ich möchte so mich ganz langsam Stück für Stück auflösen. Das finde ich eine tolle Vorstellung, dass man selbst auch ganz langsam so Abschied nehmen kann. Ja, fände ich schön, also wenn man sich auflöst. Das Einzige ist, ich hab das mal so gedacht, dass man sich auflöst, wenn man sozusagen immer besser wird. Also wie so ein guter Wein, wenn man immer besser wird und dann sich immer mehr auflöst. Und das Einzige Blöde daran ist, dass dann die Guten immer weg sind. Aber ein bisschen... Das ist ja auch so. Schön, mit dir zu reden. Vielen Dank. Ja, schön, danke. Und danke für das. Das ist wirklich ganz zauberhaft. Ja, gerne. Tschüss, ihr zwei. Kommt gut nach Hause. Vielleicht reiten wir mal. Tschüss. Oh, ist das toll. Tschüss, Mäuschen. Ist das toll. Oh. Wir machen dir ein Foto. Oh, was ist das toll? Könnt ihr das Publikum das sehen? Ja, die haben's gesehen. Echt? Das sind wirklich echte... Oh. Das ist geil. Das ist wie Weihnachten. Ich weiß auch nicht, was das ist. Einsteht jedenfalls fest, während ihr draußen wart und ich intensiv bei einem kleinen Nickerchen zugehört habe, da haben hier hilfreiche Hände etwas aufgebaut. Es scheint sich um die Kulisse für ein Spiel zu handeln. Wir wissen aber nicht, was es für ein Spiel ist. Es ist eines unserer Notarspiele. Dieses Spiel wird uns gebracht, erklärt und begeistert vermittelt vom staatlich geprüften zimmerfreien Notar. Es ist ein Traum. Ein Traum wird wahr. Ich darf mir heute einen Traum erfüllen. Sie haben Träume, Herr Notar? Ich wollte als Kind immer Zirkusdirektor werden. Das mit dem Notar kam während der Pubertät. Das ist eine andere Geschichte. Ja, Sie dürfen jetzt teilhaben an meinem Traum. Und Sie träumen ja auch vom Zirkus. Wir würden ja gerne ein Zirkusprojekt machen, habe ich gehört. Und deswegen ziehen Sie sich bitte um. Unsere wunderbare Kostümabteilung hat etwas vorbereitet. Das ist meiner. Wenn Sie dann zu dem Beruf, der sich umziehen würden. Oh, das gibt es auch noch in eingeteilt. So rum? Das ist aus dem Kostümfundus von Rainer Kallmund. Es ist ihm zu klein geworden. Deswegen, Gott, wir es günstig erwerben. Wunderbar. Oh Gott, was habe ich denn jetzt? Ach, großer Gott, ja, natürlich. So, nun treten Sie bitte ... Ist überhaupt irgendeine Veränderung wahrzunehmen? Oh, mein Gott! Treten Sie bitte mit mir in die Manege. Ah, toll! Und Applaus, meine Damen und Herren! Juhu! Fürs Erste ist es sehr wichtig, mit dem Publikum Kontakt aufzunehmen. Jeder bekommt jetzt einen Eimer. Ich sehe gerade, meiner ist noch nicht voll genug. Nehmen Sie sich bitte auch einen Eimer von dort. Machen wir, machen wir. Und dann auf meinem Kommando schütten wir den Inhalt ins Publikum. Das wird lustig. Zirkuszimmer frei. Allihop! Ja! 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 Prächtig, Frau Becker! Toll! Juhu! Und jetzt ganz wichtig! Ganz wichtig! Wir Zirkusleute, wir verbeugen uns immer. Wir machen das folgendermaßen. Erst eine Pose, dann verbeugen und dann noch eine Pose. Toll! Die darf nie gleich sein, die Pose. Natürlich nicht! Jetzt zusammen! Ja! Pose! Verbeugung! Pose! Fantastisch! Alles gut? Ja! Ich hab nur meine Mütze verloren. Oder hast du dir wehgetan? Nee! Alles super! Alles gut! Zweite Disziplin, was total gut immer ankommt. Erst gehen sie. Ballon, Tiere falten. Ich zeig's ihnen einmal. So, du wirst deine Ballast. Ah! So. Wir haben jeweils den Anfang eines Hundes. Sieht doch ein bisschen ohnehin. Entschuldigung, aber ... Ich weiß nicht, was sie ... Das muss jetzt ... Ne, so! Das ist der Hodenhund. Frau Becker. So, und jetzt, das muss ratzfatz gehen. Für die Kinder. Ein Tier falten. Oh, jetzt wirklich? Ah! Schlammern! Wunderbar! Hodenhund! Oh! Das ist urologisch sehr bedenklich, was Sie da machen, Frau Becker. Ah! Fantastisch! Und jetzt präsentieren wir unsere Werke. Scheiße! Pose! Verbeugen! Tolle Stühle! Frau Becker, was ist das für ein Tier? Was ist das für ein Tier? Das ist ein Pudel. Ach so. Der wäre aber zu Recht ausgestorben. So. Jetzt, apropos Tiere. Wir sind kein veganer Zirkus, wir arbeiten mit echten Tieren. Ah! Okay. Und zwar, darf ich jetzt die Tiere präsentieren! Die Tiere! Da kommen sie! Oh! Ziege! Ladies and gentlemen! Come and see! Attractiony! Ja, ja. Warum nicht? Möchten Sie vielleicht gleich das Zebra? Ja. Ja. Und nun ist die Aufgabe, eine kurze Dressurnummer einzuarbeiten mit den Tieren. Ich gebe Ihnen nun 30 Sekunden Zeit, den Willen der Tiere zu brechen. Und die empfindlichen Tierseelen wirklich zu... Und in der Zeit werde ich das Publikum mit einer echten Las Vegas Nummer unterhalten. Wollen Sie die sehen? Was sollen wir denn mit den Tieren machen? So, 30 Sekunden. Ab jetzt haben Sie Zeit, eine Nummer einzuüben. Oh, zu klein. Okay. Ja, das ist okay. Warte. Warte. So, die Zeit ist um. Ja, genau. So, die Zeit wäre jetzt um. Und Sitz! Dann würde ich als erstes präsentieren... Sitz! Alles klar. Frau Christine und Ihren dressierten Bären. Schauen Sie und staunen Sie! Platz! Mach Platz! Und jetzt mach Männchen! Ja! Und verbeugen, verbeugen! Pose! Nun, Herr Alsmann! Ich präsentiere Xantipa, das einzige Tango-tanzende Zicklein der westlichen Hemisphäre. Oh! Hier, lecker, 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 lecker! Bravo! Und nun Frau Becker, mit Ihrem Zebra, was haben Sie vorbereitet? Ja, schauen wir mal! Also, äh... Toll! Komm! Und ja! Schön! Ja, so ist geil! Und! Und runter! Das ist süß! Und! Hint! Sitz! Sitz! Bravo! Bravo! Hallo! 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 Gemeinsam Aufschring! Danke! Pose! Vermeulen! Herbstland! Dankeschön! Der Notar, meine Damen und Herren! Hallo, Dierer! Großartig! Hat Spaß gemacht. Super, aber ich wusste nicht, dass man die wirklich drehen kann und da passiert nichts. Bitte? Dass man die wirklich so drehen kann und da passiert nichts. Das wusste ich nicht. Erstaunlich, ne? Ja, oh Gott, ich komme hier nicht drauf. Das geht. Einfach ausziehen. Ausziehen? Naja, ich glaube, ich bleibe da bis zu wie ich bin. Obwohl... Ich finde das eigentlich auch ganz geil. Aber die Hose ist doch... Entschuldigt denn, ich die so dreht. Merit, du willst ja einen Zirkus machen, du willst ja einen Zirkus... Ja. Ja, erzähl doch mal, Mädchen. Was wird das denn für einer? So wie Roncalli oder wie Sarasani oder... Nee, gar nicht, sondern so, ich finde immer, dass... Man hat so eine Idee von Zirkus eigentlich eher und so gibt's den gar nicht, glaube ich. Und diese Idee von Zirkus, die würde ich gerne mal auf die Bühne bringen. Mit Tieren oder ohne? Mit Musik, vielleicht auch mit Tieren. Also ich bin früher tatsächlich schon mal so versuchsweise mit Kaninchen gereist. In meiner Kinderzeit gab's noch Artisten, die sind mit Hamsternummern aufgetreten. Das gibt's glaube ich bis heute noch. Hast du mal einen Floh-Zirkus gesehen? Das würde ich immer mal gerne sehen. Nee, hab ich noch nie. Meinst du, als du bist mit dressiertem Föhn? Ja, hast du das mal gesehen? Nur im Fernsehen. Gibt's das wirklich oder ist das... Also im Fernsehen hat's das wirklich gegeben? Im Fernsehen hat's das wirklich gegeben, ne? Super. Hier bei euch ist das ja eigentlich ganz gängig, oder? Ja. Bei uns ist es eher anormal. Das fing alles an mit dem ersten Glas Doppelkorn. Jetzt kommt jemand, der dich noch nicht gut kennt, aber der dich schon sehr mag, der mit dir den Tatort macht und deswegen kann er auch schon ein bisschen was über dich erzählen. Der mich schon sehr mag, weil er Marc heißt. Sehr schön. Marc Waschke. Gib mir keinen Alkohol. Super Witz. Es war kein Witz, das war nur eine Feststellung. Tja, als ich die Merit das erste Mal gesehen hab, da hat sie so'n Schuhranzen aufgehabt und stand so ganz verloren im Flur von der Schaubühne rum. Und sie hat mir fast ein bisschen leid getan und ich wollte sie so in den Arm nehmen, was ich mich aber nicht getraut hab. Und das könnte ich eigentlich jetzt beim Arbeiten tatsächlich jeden Tag machen. Also so viele am Set, die tun immer so, als wüssten sie alles und kriegen alles auf die Reihe und können ja auch ganz viele Tipps geben. Und das macht die Merit zum Glück nicht. Was ich wirklich an dir mag, ist, wie du das schaffst beim Drehen zum Beispiel. Also in einem Satz. Bevor du nur irgendwie den Mund aufmachst, schon drei, vier Sachen in deinem Gesicht passieren zu lassen, da bräuchte ich eine ganze Seite Text zu, um dahin zu kommen. Das schaff ich nicht und das bewundere ich immer wieder aufs Neue. Ich werde dir jedes Mal den Sportbordel hinterher tragen, wenn du ihn vergessen hast. Und in die Garderobe bringen und den grünen Tee kochen und in meinem Thermobecher servieren. Denn deiner isoliert nicht so gut wie meiner meinen Becher und deinen Becher. Ich umarme dich ganz fest, mein Lieber. I love you. Du bist jetzt ganz berührt. Kann man nicht gut umarmen, wenn du jemanden magst? Ja. Ja? Ja. Auch sehr gerne, immer wieder. Ich habe das mal eine Zeit lang verloren, weil ich irgendwann gemerkt habe, als ich angefangen habe, Filme zu machen, die war immer so ein körperlicher Menschen, da habe ich gemerkt, das kann auch mal in den falschen, äh, falschen Hals geraten. Ja, genau. Und jetzt so langsam geht das wieder, dass ich das wirklich gut kann. Und mit Marc geht das prima. Tatort sagst du, oder die neue Arbeit ist anstrengend und Spaß zugleich. Ja. Wann ist es denn anstrengend? Also es ist, für mich ist es sehr ungewohnt, so eine regelmäßige Tätigkeit zu machen. Ich habe noch nie einen festen Beruf gehabt, muss ich sagen. Aber es ist doch auch nur... Ich habe immer was gemacht. Ja? Es sind nur vier Wochen, aber es ist, du weißt, es kommt wieder und dann wird es weiter und dann wird was gesagt. Und dann gibt es auch natürlich Verträge, die halten sich ja schon, die halten sich dann über längeren Zeitraum, wird gesagt, ne, da ungefähr, da kannst du nichts machen, da ist, da schauen wir mal. Und dann zieht sich das zu und dann denkst du irgendwie, oh, jetzt, also, jetzt brauche ich aber mal ein Buch. So, und dann wird es anstrengend. Oder es ist eh anstrengend, auch weil es vier Wochen halt durchgeht. Das kann mitunter, je nachdem wie Witterungsverhältnisse oder dürfen wir überhaupt die Motive haben, die wir haben wollten. Manchmal darf man da plötzlich nicht hin, weil, oh Gott nein, bei uns passiert kein Mord oder bei uns passiert sowas nicht oder so. Und da würde ich mir wünschen, dass Berlin da zum Beispiel mehr mithilft. Ja, das würde ich mir auch wünschen, aber wir kommen komplett ohne Berlin. Ausbau unserem legendären Zimmer frei! Wir sind ein Rätsel! Danke! Wir sind ein Rätsel! Vielen Dank! Und das ist die Krux bei der Angelegenheit. Jemand, der als Wiederholungsgast zu uns kommt, bringt uns ein Bilderrätsel mit. Das ist der Moment, vor dem ich Angst habe. Angst, 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 Angst habe und Christine nicht. Nicht! Bitte, Meret, schieß los! Oh, ich hoffe, ich hoffe, es bleibt kompliziert. Meret? Bäckerblume, Bäckerblume. Meret? Meret, ich! Wahnsinn! Wahnsinn! Juhu! Wahnsinn! Juhu! Juhu! Wahnsinn! Juhu! Wahnsinn! Toll! Juhu! Toll! Das ist alles der schönsten Bilderrätsel, das ich je gesehen habe. Dafür kriegst du den zimmerfreien Fanscherl für Meret Beckermann. Oh, geil! Danke schön! Die Ministerin hat es gewartet. Danke schön! Danke schön! Wahnsinn, ne der Tich? Das ist ja der Hammer! Das hast du aber auch toll gemacht, es war total einfach. Ja. Ich habe auch gesagt, das ist zu einfach. Ja, ist einfach, oder? Ja. Na ja, für die einen war es einfach. Aber schreibt es mal, das ist schwer. Es richtig zu schreiben ist nämlich wirklich eine Aufgabe. Das haben wir mal gemacht. Otto wieder. Wir haben das mal gemacht und ich war die Einzige, die es gekonnt hat. Und dann fiel ihm das wieder ein, da saßen wir am Tisch mit, das war ganz schlimm, das war mit Wim Wenders so ein Dreh und da sitzen dann ja immer sonst wer am Tisch. Also mit Quincy Jones und Nastassia Kinsey und so. Aber das Wichtigste war Heinz Rühmann. Und dann hat er gesagt, jetzt schreiben wir alle mal Meretich und dann schmeißen wir das in einen Hut und deswegen müssen wir das signieren und dann schmeißen wir es in einen Hut und dann gucken wir, wer es richtig hat. Und das haben alle gemacht. Und so kam ich sozusagen auf Umwegen zu einer Widmung von Heinz Rühmann für mich. Meretich Heinz Rühmann. Toll. Aber ist es nicht wirklich der, also Meer und Röttisch, oder? Ja. Schreibt man mit, wie das Meer, oder? Das ist genau richtig. Ja. Das hat aber bei uns jeder anders geschrieben. Ja. Mit einem E, mit zwei E, mit einem E. Vor allem Quincy Jones. Ja. Ich bin richtig, ich glaube der hat nicht mit jemandem. Hauptsache ich hatte Heinz Rühmann in meinem. Unser Freund Thorsten Schorn war jetzt nicht alleine irgendwo, sondern der war bei jemandem, der dich sehr, sehr mag und der was ganz Schönes für dich macht. Guck mal. Mensch, ist ja wie Weihnachten. Wird das Konfetti? Nein, das wird, das wird Musik. Mit Lochkarten? Mit Lochkarten. Der Mann weiß, womit man Meret Becker eine Freude machen kann. Es ist nämlich ihr musikalischer Weggefährte und guter Freund Buddy Sacha. Wie dicke seid ihr zwei? Dicke. Ja? Also wenn du so fragst, würde ich sagen dicke, ja. Holt sich Meret Becker häufiger mal Rat von guten Freunden? Also wie oft hat sie schon hier bei dir in der Küche gesessen? Oft. Ja? Und worum geht's dann? Oh. Früher hat man mal gesagt, Gott und die Welt. Ich steh nicht so auf Gott, aber ich könnte dir das nicht eingrenzen. Na ja, also zum Beispiel, wär ich Schauspieler und mir wird die Hauptrolle als Tatortkommissar angeboten, da würd ich sagen, Jackpot. Aber sie zweifelt da doch auch schon mal, ne? Ob das das Richtige ist? Also sie ist da skeptisch, sie ist in vielen Dingen skeptisch. Zum Beispiel macht sie wundervolle Musik. Und wenn ich dann sage, ach, das ist so schön, das Stück ist doch so toll, dann kann es sein, dass sie sagt ... Aber ich glaub, das geht noch besser. Timing ist nicht gut, machen wir noch. Ist das Ehrgeiz oder ist das Verzagtheit? Was ist das bei Ihnen? Ähm, Talent. Hä? Ja, weil, also oft ist es so, wenn sie zum Beispiel ein Stück, was sie aufgenommen haben, kritisiert, dann denk ich mir schon, warum? Und dann muss ich aber oft feststellen, sie hat recht. Wenn ich mich mit Merit Becker um 16 Uhr verabrede, um wie viel Uhr kommt sie? Kommt sie überhaupt? Naja, das liegt ein bisschen daran, dass sie so aufnahmebereit ist. Sie hat auch ein Talent, viel zu erleben. Und das hat sie anscheinend schon immer. Also ich weiß das von ihrer Mutter, dass Beschwerden kamen von der Schule. Merit wäre oft zu spät. Und Monika hat sie immer früh losgeschickt, also rechtzeitig. Und dann hat sie mal geguckt, was macht meine Tochter. Und dann ging die raus aus der Tür und, ach, was haben wir denn da? Und fand sie da hier irgendwas und hat sich das angeguckt. Und so kommt das. Und das kann heute immer noch passieren. Aber das macht sie auch, ja? Die sitzt dann auch in der Küche und ... Also ich weiß das von ihr. Sie hat mir damals vor vielen, vielen Jahren zum Geburtstag so ein kleines Musikinstrument geschenkt, mit dem man hier diese gelochten Streifen dann abspielen kann. Da hab ich mich sehr gefreut. Warum ist das für Merit Becker genau das richtige Instrument? Merit ist das wunderbar. Erst mal dieses Lochen, dann dieses Feine. Eigentlich das Instrument für Merit. Das ist der Walzer für den Wintervogel. Das ist für dich, Merit. Wunderbar. Wunderbar. Ganz artig. Ach Gott, ich bin ganz gerührt von beiden Mark. Buddy, danke schön. Du machst tolle Geschenke, Merit. Ja, aber ich krieg dann so tolle Geschenke da auch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir müssen das gleich mal erklären. Buddy hat mir das Lied geschrieben. Das ist das einzige Stück, was mir jemals ein Mann geschrieben hat. Und das war das und das von Buddy. Dann sollten wir uns alle schnell an die Arbeit machen. Aber man muss das kurz erklären. Eine Spieluhr funktioniert im Grunde dadurch, dass da wo die Löcher sind, dann auch tatsächlich ein Ton erzeugt werden kann, weil irgendwelche Mechanismen da ineinander greifen. Und so hat derjenige diesen Lochstreifen erstellt, die Chance Musik zu transkribieren auf die Spieluhr. Genau. Und wenn man das mit einem Tesafilmstreifen aneinander klebt, dann kann man einen Loop. Es gibt natürlich noch andere Filmstreifen außer Tesafilm. Genau. Achso, Entschuldigung. Genau. Man kann einen Klebestreifen nehmen und dann ist es ein Loop. Das ist das Gleiche, wie man im Computer heute macht, wo man halt so immer uns ist. Ist nur preiswerter. Genau. Und funktioniert auch ohne Strom. Ja. Fantastisch. Funktioniert das immer noch, dass du so schön drödeln kannst? Dich verlieren kannst? Ja, das funktioniert noch, wobei ich schon ganz schön oft so mir vorkomme, als wäre ich auf der Flucht. Also ich bin so ein bisschen am Rennen manchmal und dann ist das. Aber ich ertappe mich immer wieder, dass ich, auch wenn ich ganz denke, jetzt gehst du aber zeitig mal los, dann ist das so, die Zeit zwischen zwei, drei Sachen, die ich machen muss, ist dann so, dass ich denke, eine kleine Minute hast du noch, als würde ich mich so pseudo entspannen und schwupp, bin ich wieder zu spät. Wie gut kannst du denn auf andere warten? Ganz okay. Ja? Ja. Wie lange ist okay? Ich versuche mich locker zu machen. Also es gibt bestimmte Dinge, da bin ich ganz, ganz pünktlich und ganz, ganz tight. Zum Beispiel? Arbeit oder? Arbeit. Also ich bin, wenn ich zum Dreh gehe, bin ich zumindest nur zwei, drei Minuten spät unten am Auto. Die holen die Fahrer aber immer wieder rein. Und wenn ich auf die Bühne gehe, dann ist das ganz pünktlich, wobei ich immer fünf Minuten nach der angekündigten Zeit mindestens anfange, weil ich das unhöflich finde. Weil andere ja zu spät kommen. Genau, weil die Frau vielleicht nicht weiß, welche Schuhe sie anziehen soll und deswegen. Verstehe. Was absolut pünktlich kommt, meine Damen und Herren, ist unsere jetzige Aktion. Wir werden jetzt folgendes machen. Karnevalslieder, Stimmungslieder, Lieder, die man gemeinde mit frohsinn, mit lustig sein, mit Schenkelklopfen und Schinkenklopfen in Verbindung bringt. All diese Lieder werden wir jetzt singen, allerdings in sentimentaler musikalischer Fasson. Und das machen wir nicht alleine, das machen wir in unserem zimmerfreien Chorchester. So, wir fragen mal den Kapellmeister, womit geht's los? Wir beginnen mit Christine, die Karawane zieht weiter als Blues. Ach Gott, ach du Scheiße. Come on, baby. Mercy, mercy, mercy. Der Sultan hat Durst. Ruby! Oh mein Gott, hat der Durst. Der Sultan hat Durst und die Karawane zieht weiter. Oh, Baby, lass uns mitziehen. Mercy. Mein Gott. Der Sultan hat solchen Durst. Ah! Das war schön, meine Mama. Immer noch. Hat der Sultan Durst. Bravo! Die Queen of the Blues! Mercy, mercy, mercy. Und jetzt, für Merit haben wir auf der Reeperbahn nachts um Halt 1. Oh, das kenn ich wenigstens. Das andere will ich nicht kennen. Als Tango. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Auf der Reeperbahn nachts um Halt 1. Ob du'n Mädel hast oder auch keins. Amüsierst du dich, denn das findet sich. Ganz andere Melodie. Auf der Reeperbahn nachts um Halt 1. Jawoll! Wär noch niemals in lauschiger Nacht. Auf der Reeperbahn bummelgemacht. Wie ein armer Wicht. Denn er kennt mich nicht. Mein St. Pauli. St. Pauli. Weihnachten. Ja! Hallo! Fantastisch, Merri. Und ich? Jetzt singt Westfalenland. Westfalenland ist wieder außer Rand und Band. Als Bossa Nova. Als Bossa Nova. Heiliger Strohsack. Das ist ein kleines Kostüm. Kennst du unseren Doppelkorn? Unsern prima Schinken. Die besänften jeden Zorn. Bis wir fröhlich winken. Und sollte mal ein Dummkopf schreien. Westfalen! Die sind stur! So laden wir ihn freundlichst ein. Und singen ihn dann nur. Westfalenland. 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 Ist wieder außer Rand und Band. Mit Lachen und Scherzen und Singen wollen wir Herzen bezwingen. Westfalenland. Westfalenland. Ist wieder außer Rand und Band. Wer anders denkt, hat dich nie richtig gekannt. Du schönes Westfalenland. Du schönes Westfalenland. Cha-Cha-Cha. Und schon jetzt zur halbhause Musik. Die zweite Hausmusik, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist etwas ganz besonderes. Meret, du hast dir etwas besonderes ausgesucht. Ein Lied, das alle kennen. Aber nicht so. Wann, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt kenne. Darfst du das Klavier spielen? Muss ich doch wieder willen. Diese formschöne Montur ablegen. Ich habe eine Leseschwäche. Ich muss mal schauen, dass ich jetzt schaffe. Also sag unser Publikum noch, was du singen wirst. Ach so. Für den Film Victoria, der ja durch eine Nacht führt, in einem einzigen Atemlos. Atemlos? Atemlos. Ich habe das Sehspiel erst und finde das total toll. Atemlos. Atemlos. Durch die Nacht. Atemlos. 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 Einfaches, nimm meine Hand für mich nach Haus. Und jetzt ist die Zeit abzustimmen, was meinen Sie, rote oder grüne Karten, bitte hoch, mit den Dingern. Sollen Sie bei uns hohen bleiben? Natürlich, das war nicht anders zu erwarten. 48 Milliarden grüne Karten sprechen eine deutliche Sprache. Danke, meine Damen und Herren, Sie waren toll. Christine, du warst fantastisch. Ich war mit mir auch zufrieden. Und das Tag des Abends, Merit Becker! Große! Der Chorfester!